Wer hat nicht schonmal daran gedacht, Umrah zu machen? Aber die Frage ist, mit wem? Mit IME-Reisen bin ich dabei. Inschallah verbringen wir 10 Tage in wunderschönen Hotels, ganz in der Nähe vom Haram. Und natürlich habe ich auch ein paar besondere Vorträge vorbereitet. Ich bin das erste Mal mit IME-Reisen verreist und ich muss sagen, ich war überrascht. Der Aufenthalt in Medina und das Hotel waren in Erste Sahne. Gar keine Beanstandung. Ich fand es auch gut, dass Brüder von der Universität Medina da waren und uns Unterricht gegeben haben, uns herumgeführt und Sachen gezeigt haben, die vielleicht nicht jeder zu wissen hat. Wir sehen uns dort, Inschallah.